Anna ist bei mir weg Ja ich bin da Bei mir steht Ist da ein Männchen weg irgendwie Gerade im optischen Design Nein nicht das Spiel aus Ja irgendwie konnte ich nicht aus den Optionen raus Ich starte nochmal Ja komm lade Bildschirm alter So hier Schiri Vollgas annehmen Starten Yay Muss ich bereit klicken Ich bin das pinke Kondom Ne ich will im Kondom bleiben Ich will kein Gesicht So bereit Denise mach bereit jetzt Dennis Denise Denise Die ist remuted Wette Ist wie ein Counter-Strike Ihr redet die ganze Zeit Ja wir warten auf dich Achso Manna war eben gerade noch draußen Sie warten alle auf dich Ja wenn du dir nicht gemütet wärst Hättest du das mitgekriegt Ja ich bin noch in einem anderen TF Ja Alter ey Geh wieder an Ich hab dich nie als schlecht Ich hab immer nur gesagt du gibst dem Team Schuld Schuttschnubbel Alter ist die Mausempfindlichkeit krass Ich hab gesagt Dreh die Kamera empfindlich Ich hab sie auf zwölf Wie hecht ich denn? Ähm mit Steuerung Kann man sprinten? Nein Absolut Lust Verpiss dich du scheiß Dinosaurier Au Nein ich bin runtergefallen Wie hecht das nochmal? Mit Steuerung Rein doch nicht so ich hab's mir gefallen Oh nein Lauf Forrest Nein er hat sich gespurt Dreckig Alter er hat sich gejunkt Nein Der ist auch nicht ges- Ja ich bin doch Was mit dir? Nein Ich bin so schlecht Nicht schlechter als Apfel Ja doch ich bin absolut letzter Weil ich äh meine Mausempfindlichkeit gar nicht klarkommen Ich bin ausgeschieden Irgendwer von uns geschafft nein Ja wir sind alle drei ab Okay das ist gut Dann kann ich mich sofort Wieso bin ich denn ausgeschieden? Ja weil du Ja weil du Wie du den Topf rausgeben Wir müssen escape Okay Escape Leatherstone Ja Rausgehen Anna Ja Oh Ich mach dir die Mausempfindlichkeit runter Wieso sehe ich so aus wie ein kleines Kondom ey Erstmal Mausempfindlichkeit ey Ne nicht Controller Äh du gehst oben Du gehst oben Aus wie ein Kondom Wie du dich einkleidest das weißt du aber Mana Ja Kameraempfindlichkeit ist das Mausempfindlichkeit? Ja die Kameraempfindlichkeit ist die Mausempfindlichkeit und ich hab sie auf 12 das ist gut spielbar Fing das pinke Kondom Mit Herzchenhose Putsch Wartet 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 Outfits Fing die Pläne I'm ready Eh Wie hecht dich nochmal? Oh krass alter bitte ins Maul Was Die Server sind wenigstens nicht mehr überlastet ne? Denise Ah krass alter so will ich mir heute auch 30 Mal anhören Starte deinen Wlan- Äh starte deinen Router doch mal neu Du hast das Spiel deinstalliert Wir haben dir gesagt, dass du an den... Mann, da war ich nämlich im TS, das war alles froh. Ich hab das heute Vormittag schon mal gespielt. Volltrottel. Überwinde Hindernisse und renne zur Ziellinie. Wer redet da gerade? Anna? Ja? Hab geredet. Ich hab geredet. Irgendwas hat gerade geredet, was ist das? Oh Gott, das hab ich noch nicht gespielt. Hindernisrennen. Also eigentlich ist es geil. Einfach nur laufen. Einfach nur laufen und den Pokéball. Die Pokéball ist das Einzige, was sie ficken können. Das steht oben qualifiziert. Null von... Okay. Lauf. Du nimmst mal so. Ich hechte einfach runter. Ich wurde runtergeschubft. Ich bin die Erste, die runtergeschubft wurde. Scheißegal. Laufen. Laufen. Man. Die Kapperempfindlichkeit auf zwölf ist vielleicht ein bisschen sehr hart. Wie halte ich andere? Ah, so. Hab still. Mann. Ihr seid so dumm. Ihr Typen seid so dämlich. Äh, mit Maustaste. Ja, hab ich schon gesehen. Halten. Haha. Oh, Denise. Gehalt. Oh, krass. Ohne zu gucken. Ohne zu gucken. Kommt nicht hin. Nein. Ich wollte gucken. Bälle. Liebes Kugeln. Ja, wer das nicht schafft, der ist die easieste Strecke. Ja, aber nicht, weil man immer weggeblockt wird von diesen vollidioten Kindern. Jetzt verpisst euch. Wer läuft denn noch? Wer ist denn schon drin? Ich bin drin. Ich bin auch gleich drin. Mann. Nicht. Hahaha. Weil mich irgendein Ficker festgehalten hat. Hahaha. Wie kann man mich denn... Ich wollte gerade sagen, Schicke und ich sind weiter. Mich hat eben so Wichs hier festgehalten. Na, erste Runde. Als die erste Runde kann man gar nicht rausfliegen. Ich bin so geil. Mein Team ist schuld. Ja, genau. Das war gar kein Teamplay. Ja, das hast du auch gesagt beim Spiel. Ja, weil ich eben auch im Team gespielt habe und mein Team lost war. Obwohl ich fast die ganze Runde den Schweif hatte und... Oh Gott. Oh nein. Mann, Mann, kannst du mir zugucken bitte? Ja, warte. Du musst mir helfen. Ach so, Schlechte, so. Wie kann man den Leuten... Du musst mir doch nur merken, wo was ist. Ja, Mann, du musst einfach durchklicken, bis Schicke steht. Okay. Pinkes Kondom mit... Ja, ich... Leo... Schicke, da. Melone, Banane. Melone, Banane. Okay, ich muss nur eins wissen. Ich stehe auf einer Melone und da ist eine Banane. Melone, ja, stimmt. Pick dich! Banane! Schicke, warte. Äh, sie schieben mich raus. Mein Schicke, ja! Der pisse dich von mir! Apfel, Orange, Banane... Banane. Ich stehe auf dem Apfel, rechts von mir ist eine Banane, oben ist eine Melone und oben rechts ist eine Orange. Oh Gott, Panic! Mann, lass mich los! Ich hab mir wegen dir nichts gemerkt! Apfel, ich stand auf dem Apfel. Ich stand auf dem Apfel, oder? Nee, nee, das ist doch... Du standest... Ah! Ich hab's mit dir! Du bist so blöder Mixer! Maler Kirsche, was ist rechts von mir... Oben ist Melone, Traube. Traube, vier Stück und eine Traube. Du hast mich betreut, Alter, du hast mich gebatet! Traube, Melone. Apfel, für ganz nächstes ist noch eine Banane. Du hast mich gebatet! Ja. Ich hoffe, du verlierst. Apfel? Wo war denn Orange? Wo alle... Oh Gott, Frieden! Oh Mann, du hast reingebatet! Ich hab denis Assnut gefickt. Du hast mich so gebatet, du blöder Mixer. Nein, das ist ja so... Und ich hab's auf Aufnahme. Wuuh! Oh, ich hasse dich, Alter, ich hasse dich! Das ist jetzt schon die Szene, die vor's Video kommt. Hahaha! Ich hasse dich so mehr, Mann. So ein blödes Arschloß. Ja, Schicke, nimm dir mal ein Beispiel drin. Oh, Alter, vor allem meine Wagen tun richtig. Also jetzt müssen alle mir zugucken, ja? Spurclub. Ah, hier. Drehball, geil. Das kenne ich nur aus Takashis Kassal. Das Grüne wird immer schneller, das ist das Problem. Echt? Ja. Warte, ey, Stück schießen auch schnell. So, Shigibu, 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 Tetro Boy, Aiel, Wultu, Shagal, Shigida. Ja. Lauf, ey. Halten! Halten! Ich mach halt. Ich find Shigida, Shigida. Halten! Das hat ne Iron Skin, immer abpacken. Das ist ne Pommes! Fuck, hoff ne Pommes! Wui! Halten! Immer halten! Oh Gott! Die kommt seit gleich. Wupp! Das kenn ich auch noch nicht, das Game. Wupp! Boah, eigentlich hättest du fliegen müssen. Spring doch rechtzeitig, zack! Und dann Idioten. Die springen, die automatisch werden wie... Ach, die sch... Ah! Bewegung! Schön, Shigi! Was ist Shigi? Guck mal, dass du dich gleichzeitig in pink und grün ballerst. Da unten steht der kleine Penner. Beijorino. Du könntest übrigens mal ne Hose anziehen, ne? Keiner will dich in Unterwäsche sehen. Ja, ich hab auch ne Herzchenhose an. Das ist Unterwäsche. Das ist ein Herzchenhöschen. Das ist Unterwäsche. Ja, das ist ein Herzchenhöschen. Unterwäsche. Herzchenhöschen. Unterwäsche. Oh Gott! Team Spiel! Wo sind meine Mates? Wo sind meine Mates? Wo ist mein Team? Unfähig. Muss man nur gegenlaufen oder den auch halten, den Ball? Ne, du musst den da durch... Einfach nur gegenlaufen, ne? Ja, gegenlaufen oder gegen springen und dann da durch manövrieren und versuchen... Oh Gott, ich bin Team Gelb. Oh Gott. Warum bleibt man nicht automatisch auf mir drauf? Da war er. Lauf doch Team Gelb. Sag's mir unfähig. Spring! 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 Bring dagegen! Ich fuck die anderen ab. Ich glaub ich hab verloren. Lauf einfach, Shiri. Lauf einfach. Ich block den Blauen jetzt weg. Du musst erst mal ans Ende. Ja. Was? Kannst du jetzt schon davon ausgehen, dass Blauen diese Kugeln hat? Ich glaub, du könntest... Ich weiß nicht, ob du... Ne, du kommst nicht auf die andere Seite. Rollen. Fickt Blauen jetzt. Ja, ihr habt sowas von verloren, Mann. Ah, warte doch! Schön, dass dein Team auch unfähig ist. Ja, aber Blauen wird jetzt gefickt. Ja, bringt aber nichts, wenn alle Orangenen jetzt auf den Lake gehen, um alle anderen zu ficken, wenn keiner euren Ball reinbringt. Ja, wir müssen das dann über die andere Seite sagen. Hahaha, ihr seid so asozial. Jetzt springt auch die Kugel auf. Hahaha, ihr müsst... What? Hahaha, ihr müsst... Was? Hahaha, ihr könntest... Hahaha, ihr könntest... Ihr könntest... Bye-bye, Schickisaurus! Ätsch! Hahaha, ihr könntest... Übrigens gings mir heute auch so. Genauso wie dein Loserteam waren meine heute auch. Einmal haben wir gewonnen. Einmal. Einmal. Sorry. Sorry. Beenden, okay. Bist du zu laut? Ich wär zu laut. Mach Tür zu. Ist zu. Es kam noch nie jemand, dass ich zu laut bist. Schickis auch raus, ne? Auch raus, ne? Kann nicht auf ESC drücken, scheiße. Äh, musst du gleich, wenn ihr wieder im Game seid. Ich bin schon in der Lobby bereit. Oh, das ist das Finale. Einfach Finale. Ey, jetzt kommt raus und lass selber spielen. Ja. Kann aber noch nicht ESC drücken. Ihr müsst das machen, bevor das neue Spiel beginnt. Und sicher, dass das nur zu viert geht? Äh, zu dritt geht? Ja, du kannst aber glaube ich mit mehreren Lobbys gleichzeitig joinen. Und das geht. Okay. Heute war das Spiel auch bübel laggy den ganzen Tag. Jetzt geht's tatsächlich wieder. Das mit dem Memory Bait war doch lustig. Oh, du bist ne Missgeburt bist du. Ich hab gleich einen, der vielleicht mitspielt. Oder drei. Was war das? Oh nein. Die sind so dämlich. Und ich bin letzter. Wieso starte ich immer vorne, ey? Sei doch froh. Bei den Blinden. Bei den Blinden, wenn du erster bist, ist absolut safe. Weil das ist jetzt absolut lustig. Nein, 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 nein. Da. Oh Gott. Blau, ein. Oh Gott. Ich bin so schlecht, ey. ich war ich war erst aber jetzt bin ich runter geknallt scheiß respawn naja sei froh die leute die sind so lost anstatt in der mitte dieser scheiß wippen zu laufen das ist doch der witz an dem spiel ich habe gar nicht richtig viel überholen einer schlüpfe runter wenn du als erster bist bist du halt safe durch ich bin hinter dir so hart ich werde nicht schaffen ich glaube ich auch nicht die wippe steht so schief ich habe es geschafft ich bin hinter dir denis aber guck mal wie viele da vor uns sind mal schon im ziel gleich lauf forest geschafft ich habe es geschafft ja gott sind die absolut lost vor mir nein ich habe mich qualifiziert das tut mir leid da kommt zu viele lauf du pickest ich hoffe ich habe es auch noch wenn du jetzt nicht dumm bist halt springt ja das sind doch noch elfplätze ey ich hätte der vorhin auch fast nicht weiter gekommen wenn mich jünger blöder penner festgehalten hat ich war richtig am arsch ja der erste runde auch nicht schafft ne mittals maul außerdem hat mana vorhin die erste runde nicht geschafft weil ich festgehalten wurde siehste das kann voll viel ausmachen das ist so dumm ey scheiß grabber ey das ist so geil that's so funny yes yes was ist das jetzt oh ne oh ich kann das einfach da wurde ich festgehalten nämlich bei dieser scheiße ja ich bin zu blöd dafür Dinger dreht sich in die Zeit in die richtung wo die Pfeile entzeigen das ist mir bewusst wie man das spielt aber ich bin zu blöd für diese scheiß Jumps man okay boah guter Start ja dann werde ich gehalten von hinten das ist richtig fies ich werde umgeschubst oh hat er verloren und ich lege einfach mal 30 minuten wer ist denn da vorne so richtig gut dabei ich aber auch nur weil ich in dem Spiel schon tausendmal verloren habe und ich wurde umgemurkelt genau wer schiebt denn man kennt ihn man kennt ihn ja aber ich wurde gerade gegen die Wand und ich wurde runtergeschmissen mann dieser unfähige Haufen Scheiße hier boah bin ich richtig gut durchgekommen haben wir Denise überholt nein doch ich bin gesprungen warum springt der da nicht echte da jetzt ich bin vorne Ball gesprungen man kennt ihn ja steh auf du Elefanten oh Gott ich schlau lauf lauf du Hura ich bin auch drin uuuuuhh steh auf der Linie ich hab's nicht geschaut ich häng auf der Linie jaaa herrlich auf der Linie Mana Imaginäres Hi-Fi Nice easy game ey oh bei der zweiten Etappe wo die schwebend sind wo du runterfällst und dann oh mein Gott das hab ich noch nicht gespielt springen und hecht durch Reifen einfach nur laufen und springen oder was ja du musst durch die Reifen dann springen um Punkte zu kriegen ich bin Team Blau ich bin Team Blau ihr seid beide Team Blau okay ich sag's ja noch ich wurde geblockt oh krass gerade angekommen an den Reifen ok guck mal an hast du noch ich werd hart geblockt ey ich hab grad nur 4 was da los ja da hat der Mate gehult ich bin da zuerst ruhig gesprungen nicht nur springen nur springen und dann hechten ey das ist nichts meins sowas ist nicht meins oh mana wir verlieren ist das schlecht das ist der Moment tonight is the night mann ich bin so unfrei maaaann ey blöck du kattrotes kind alter bin ich froh dass ich ausgeschieden bin mit dem Noob Team das ist so ein scheiß Spiel ich bin durchgehechtet ich bin durchgehechtet ich bin zu dick die liegt nur mit 11 hinten aber ich glaub das ist durch ja ich bleib hier ich ärgere jetzt andere Leute ist mir jetzt scheißegal hier fickt euch sauer Denise gut ist nichts gesprungen komm Denise aus dem Ring oh du Hore wieso blockst du mich ich bin gut dass Denise aber auch keine Punkte holen will ich hab nicht einen scheißpunkt geholt ich auch nicht ich bin so lost in dem Game ey hoffentlich kommt das nicht wenn ich mit euch in einem Team bin ey mann jetzt halt mich fest du blöder Ficker hier verpiss dich wie lange geht der scheiß noch ich will nicht mehr auf meine Fresse komm her der Riesel ist durch die Ringe gesprungen ne mann der hat mich abgefuckt der blöde Wichser da der da der 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 mann geht da runter ja ich ja ich hör auf Shiggy ich bin konzentriert ja sonst kriege ich Nasenbluten die armen blauen in eurem Team die Rieger zu Punkte holen die haben 42 Punkte holen und haben 200 weniger gespielt ja 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 escape hallo ich muss kurz auf Toilette oh mann der blöde Penner hat mich festgehalten ich bin nicht durch einen Reifen gejumpft weil ich einfach unfähig bin ich kann alter das kann ich gar nicht Meiner hat doch auch keinen geholt oder? ich hab auch keinen geholt ok Meiner wir sind beide ich hab ne ich hab's nicht verstanden dass ich springen und hechten muss ich hab gedacht entweder springen oder hechten nein so ich geh jetzt eben einmal kurz runter so ne scheiße ich bin einfach so lost hoffentlich kommt dieses Spiel nicht wenn ich mit euch in einem Team bin das ist instant lost du bist so es ist komisch seine eigene Stimme zu hören by the way du hast nämlich die Sprachnachricht gerade abgespielt außer gucken kann ich was für deine kack Stimme? Halt's Maul! meine Stimme ist super cute ach wer ich sage das ich bist doch der Einzige ne? Fick nicht der Einzige ach mir ist warm wie ist denn jetzt so? hä? was du jetzt so bist? ich bin so weil ich so sein kann und mein tut halt weh sagt Shiki ich hätte was essen sollen fack 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 Anstrengend, aber lustig. Anstrengend, aber auch anstrengend. Schicki, wie heißt du bei Twitch? Normal Schicki, ne? Bei YouTube oder nicht? Nein, Twitch. Ja, Schicki. Normal so wie sonst auch, ne? Ja, alles klar. Warum? Heute ist mir aufgefallen. Mana, Sporty und... Ne, Mana war VIP, Sporty und Marv hatten gar nichts. Da dachte ich mir so, hmmm, änderst du das mal? Boah, Alter. Mana bereit, auf geht's. Jo. Oh. Oh, 60 von 60. Wie du es jetzt durch den Kreisel schaffen wirst? Das ist voll das schwierige Spiel. Hä, der Kreisel ist voll easy. Du wirst die ganze Zeit an die Seite gebummt. Welcher Kreisel? Der Kreisel. Da hinten das Ende vollen, ne Scheiße, weil du warten musst. Boah, ich bin ganz hinten, Alter. Boah, ich bin der erste. Postposition. Erste in der Mitte. Boah, Biss. Start. Schresst mein Staub, ihr Lutscher. Profis gehen rechts rum. Boah. Boah. Ich bin gechampt. Hier werden Leute getriegt. Ey, ich werd geschubst. Schiebung. Wurde ich einmal getroffen, ja? Ich wurd getroffen und bin im letzten Moment gechampt. Voll an die Leute geschleudert. Boah, du kannst dich sogar hochziehen. Das wusste ich nicht. Wie denn? Äh, wenn du hoch springst und halten musst du festhalten gegen die Maustaste. Das wusste ich auch noch nicht. Und dann nochmal leer das drücken, quasi. Und ja, moin. Ja, moin. Da komm ich mir wieder raus. Profis, nimm die Abkürzung. Was für ne Abkürzung? Ja, geradeaus zu laufen. Und bitte in's Maul, alter Schickiesack. Ey, ich bin ganz hinten. Nein, nein, block mich nicht, du Kackpirat! Ich bin rausgeflogen. Verbindungsproblem wohl gehabt, weil. Ja, du stehst da einfach nur im Weg rum. Mann, ich war so gut. Ich bin so schlecht. Beconnectet ihr gleich? Oder spielt ihr zu Ende? Äh, I don't know. Kommt drauf an. Es sind aber einige gerade rausgeflogen. Ja, ganz viele stehen hier. Oh, moin. Jump! Oh, Gott. Ich bin ein krasser Typ. Und ich fliege raus. Nein! Fick, du dreckiges Drecksgame. Verbindungsfehler. Ich bin auch rausgeflogen. Du Nutte. Ich jetzt was geschah. Ich war so gut, ey. Ich hab nicht einen Fehler gemacht. Ich bin da so durchgesaugt. Aber ich wäre doch mit was dabei gewesen. Das rinke ich auch. Ja, ich... Wieso springt die Hure nicht? Mann, da ist ja alles hier, der da drin ist und schafft es noch zu schützen. Wieso springt die nicht? Mann, du musst Leertasse drücken. Also, da hätten sie echt noch ein bisschen dran arbeiten können. Ich bin gleich drin. Du warst in der Beta auch so. Haben wir wieder was gesagt. Ich bin drin. Ich bin noch ein Ladehülf. Ich auch. Aber du musst da bleiben. Du wirst automatisch nochmal zurück in der Lobby geholt. Also, ich bin wieder in der Lobby. Ja, ich bin halt rausgegangen. Weil... Wurde ja nicht. Game allgemein. Ja, ich hab auch noch das Spiel genommen. Ja, musst du nicht. Du musst einfach nur warten und Geduld haben. Mann, dann willst du jetzt da alleine spielen? Mit dir selbst? Ne, komm jetzt. Ach Mann, ich war so gut dabei. Ich war wirklich ganz vorn. Da hab ich einen Fehler gemacht. Oh, armer Schmucki. Und dann stehst du kurz vor der Abkürzung einfach. Oh. Vor allem die Abkürzung, die zu schaffen, das ist echt... Ist ja scheißegal, wenn du schaffst, fließt einfach nach rechts auf die Drehdinger. Ja, hab ich gerade auch. Und dann schaffe ich es dadurch, wurde ich an die Vorderste geschleudert, schaffe es noch rüber zu jumpen, und schaffe es dann aber nicht, ein Millimeter, um rüber zu springen, um aufs Ziel zu kommen. Das ist Takeshis Gas. Oh, na. Ne, das ist... Torhunger ist die Scheiße, wo Linux so tausendmal abgekackt hat. Relux-Style. Relux, meine ich ja. Linux? Linux, Alter. Relux. Mann, ich hab auch vorhin zu Sarah gesagt, aber wir müssen unbedingt Fallout spielen. Sie kennt auch kein... Denise kennt auch nicht Tapsen. Ich bin ganz hinten links, ich bin der allerletzte. Oh, mit Rechtsklick hechtest du. Mann, Alter, so Hecht... Verbindungsabbruch. Ja. Ey. Hab's nicht aber geschafft, ich blow. Oh, ich mach erstmal Mana-Stream auf, damit ich ihm zugucken kann, wenn mein Scheiß... Meine Scheiß-Verbindung abgebrochen ist. Mana-Streams, du? Ja. Ja, ja, ja. Nee, Shiggy hat mir das Geld gegeben, Spurli. Ich... geliehen. Ey! Ich komm nicht auf Taskmanager, ich muss einmal kurz raus aus dem Game. Ja, 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 komm! Ich bin drin. Aha! Ja, ich bin schon im Ziel. Ja, ich bin schon im Ziel. Drei Stück noch. Lautstärke, Mixer, Löff. Boah. Oh, ist das bitter für den Mars, ey. Er schafft es als erstes darüber und schafft es da nicht rein. Und dann... Ja, Mana wäre mir keine wichtige Person verloren. Kann einfach weiterspielen. Ja. Aber das liegt halt immer noch... Shiggy, du bist ne richtige Missy, Alter. Hier wünsche ich einen Unfalltod. Nein. Tu ich auch. Er hat mir das geholt. Ich geb ihm das Geld im nächsten Monat. Ich hab... Ich hätt's mir wahrscheinlich geholt, hätte ich Geld gehabt. Aber ich hab ja kein Geld. Spurli. Was soll ich denn machen? Spurli holst dir auch. Oder ich hol's dir und du spielst mit. Wie gesagt, ich geb Shiggy nächsten Monat das Geld wieder. Ich hab's nur diesen Monat nicht mehr gehabt, das Geld. Und dann noch... Deshalb hab ich mir auch kein Depardelle und so wohl, was ich eigentlich vorhatte. Aber ich hab das Geld einfach nicht. Vergehört hab ich auch. Aber da hat Shiggy eh nicht mehr gespielt. Oh Gott, das ist richtig trash, das Game. Was ist das denn? Da musst du die Eier in deinen Korb werfen quasi. Und aus den anderen Körper wieder klauen. Wie fass ich nochmal Sachen an? Äh... Mit linker Maustaste. Und dann musst du dabei springen, wenn du die werfen willst. Wir sind rot, Mann. Warum weißt du das? Weil ich die Streams geguckt hab. Ja, am besten greift ihr euch alle genau das gleiche rein. Immer rüberwerfen, Mann. Du brauchst nicht hingehen. Du brauchst nicht bis rein gehen. Immer vorgehen. Springdrücken. So, wir haben 10, Mann. Aber wir liegen immer noch hin. Ich klaue jetzt bei den anderen. Ich geh jetzt noch Geld. Ich fick ihr Geld. Lass mich los, du Hure! Und damit sie dich loslassen musst du springen. Ich klaue jetzt bei den anderen. Der ist unser. Ey, da will jemand klauen. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Nicht hier goldene Ei drin. Goldene Eier werden wahrscheinlich mit 2 Punkten oder so. Ja, eine Freude. 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 Mana, du bist ja auch ein bisschen los. Hallo. Spring doch! Der will da nicht hoch springen! Alter, das ist ja nicht so... Spring! Ich finde... Ich gewonnen das... Aber Gelb darf nicht... Keine Punkte machen. Ich hab alles bei Gelb raus. Gelb macht keine Points hier. Gelb wird geprägt. Ja, und das gelbe Team bin für gewöhnlich immer ich gewesen. Team Blau ist immer gut dabei. Das ist... Wobei Team Blau gerade ein bisschen bei euch klauen geht. Ja, so scheißegal. So ein Gelb unter uns ist immer alles gut. Titten zeigen, um Leute zu beeinflussen. Gelb, Alter. Ja, das haben wir... Das haben wir absolut Geld nicht mehr. Gelb haben wir absolut gefunden. Ich hab alles bei Gelb geschlafen. Ich war auch bei Gelb. Schiri, du sollst doch nicht immer deine Titten zeigen, um Leute zu beeinflussen. Schiri hat mich nicht beeinflusst! Ich hätte... Ja, ja. Sagt er jetzt, Bordi. Nein, hat er nicht. Bordi denn jetzt so mad? Bordi ist nicht mal online bei Stream, der blöde Penner. Der ist wahrscheinlich, äh, ficky ficky machen. Bordi! Was ist das denn? Äh, da fällt der Boden weg, sobald du auf dem Boden berührst. Oh neee. Als du bist, bist du raus. Oh neee. Oh, wie viele wir sind, ey. Am besten immer einzelne Sprünge machen. Ich geh direkt runter, dass du's eh sonst losst. Ja. Werden alle runterfallen. So, zack. Oh, ficken. Ficken. Oh, ich bin schon bei die da unten angekommen. Bin schon bei Gelb. So, auf geht's. Jedes Feld, das getreten wurde, äh, geht weg. Verschwinde, ja. Der hat mich geblockt! Nein! Ich bin schon unten. Also nicht ganz unten. Ja, ich hab nur noch blau. Ich bin aber wenigstens. Ja, ich bin drunter. Ach Gottchen, was ist ein Kackspiel. Gott, den letzten Scham nicht geschafft. Ne. Nein! Schade. Seid ihr alle raus? Ihr müsst nochmal einladen, bitte. Und Denise ist auch raus? Ja, die ist doch ganz am Anfang ein Disconnect. Ja, ich bin ganz am Anfang, weil... Es geht nicht darum, dass ich's nicht geschafft habe, sondern dass das Spiel nicht gekickt hat, bitte, ja? Passiert bei dir irgendwas, Mana? Hm, ne. Sieger-Ehrung. Es gibt, glaub ich, nur vier Spiele maximal. Ja, das war auch das Finale. Ja. Aber ich hab ein Standbild, also bei mir ist das gar nichts. Ja, wartet einfach. Wartet. Jetzt bin ich raus. Ja, jetzt bin ich auch raus. Einfach warten. Und dann ladet neu ein. Du kannst das Spiel nicht. Ist trotzdem lustig. Spoll dir jetzt, spiel mit. Nimm doch die Einladung an. Ich hab keine Benachrichtigung gekriegt. Jetzt hab ich ne Benachrichtigung gekriegt. Ich glaub, mein Internet... ...buck gerade. Ich hab auch. Ich weiß langsam auch nicht mal, wie ich mich hinsetzen soll. Ein Schneidersitz oder nicht? Ich sitz so, wie ich hier bei Candace Road auch sitze. Danke schön. Ja, das ist mir alles sonst zu eng. So. Mit... Vor allem mit... Oh, nicht das schon wieder, ey. ... zur Arbeit fahren. Das bringt mich nicht, um 9 Uhr da mit dem Kuchen hinzufahren. Das muss ich schon so um 12, beziehungsweise um 1 Uhr würde ich da hinfahren. Dann können die sich da ein bisschen Kuchen reinziehen. Den Rest bringe ich mit nach Hause und dann komme ich halt wieder zu dir. Ich starte ganz hinten, ey. Das ist doch Kacke. Ganz vorne. Delis hat fast Topspawn, aber schlecht gestartet. Hab sich jetzt schon überholt. Erstmal halten. Ich bin CT. Du hast mich noch gar nicht überholt. Ich hab hier festgehalten. Oh! Oh Gott, ich wurde zum Anfang geschleidert. Ich kacke an! Zeug. Hochziehen. Jawoll. Bizeps. Oh, fuck. Ich muss einfach über dich. Ist ja egal, sei das. Man, du bist ein Wuh in so'n scheiß Drecksspiel! Fick dich, Alter! Deine Mutter besteht aus Inzest. Mana, wie sieht's bei dir aus? Ich bin jetzt bei so'nem komischem Kreiselding. ja so ein komisches ding halt wo man mit einer rampe geht ja das habe ich geschafft los los ich wurde rausgeworfen von dieser karte jedes mal ist da so ein rotzding hinter ich schaff es nicht ist das ein scheißspiel rotationskacke immer wieder ich bin aufgestanden direkt wieder an die wand geworfen bin aufgestanden direkt wieder an die wand geworfen was du benutzen kannst ist aber das ist mir schon klar es bringt dir aber nichts wenn du nicht mal aufstehen kannst um loszulaufen um direkt wieder daran rum an die seite gebummelt zu werden oh gott hexenwerk das ist ein hurensohn game sag nicht ich bin der verhexte alter kotzt mich das grad an was müsst ihr denn da machen wegrennen wir dürfen nicht verhext werden body als maul solange du nicht mit spielst hast du gar nichts zu melden aber verhext sie ja moll oh gott ich bin auch verhext Tilti ist wieder insane ok Tilti ist wieder insane ok Tilti ist wieder ein Team auch sie guckt aber noch zu oder sei schon raus du hast dich aber dumm gestellt verantworten weil du nicht bei mir im stream bist guck dir noch zu oder sag ich schon raus nein mana spielt doch mit oder nicht du doch auch ne mana ist raus ich bin nicht immer gegen die wand gerannt ich wurde immer wieder gegen die wand gedasht das ist absolut scheiße ich bin ich bin auch die ganze zeit am ende da gegen die wand geknallt aber das ist halt echt denis ganz ehrlich denis hat heute mit der recht ist auch schwierig dann manchmal nicht gegen die wand zu knallen einfach mitten durch durch ich bin verschillig jetzt bin ich verschillig banane das ganze banan gott sind das mehr als glatte leute vor mir alles gefangen ja 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 wobei ja du bist raus das spiel dann muss ja selber ich kann denis heute mittag verstehen wirklich holt sie dann selber verlassen und dann machst du das mal das gar nicht so einfach dann weil man muss ja halt schnell ans ziel war das auch wieder an ob ihr ja starten nein warum nicht darum ich starte jetzt mal schnell bereit blödes arschloch apfel kick worauf wollen wir denn warten ich will spielen ich will mal eben outfits gucken ich warte was willst du machen outfits was ist da siehste body es hätte doch eh nur um dich zu triggern mach da bereit denis ja ja das immer noch mit dem chatten wenn du es dauert ja nur eine runde es dauert ja nur eine runde body muss in steam online gehen rück jetzt bereit er ist nicht zuhause denis wo ist er denn wahrscheinlich bei seiner freundin er soll nach hause fahren scheißer freundin wenn er alt genug ist äh alt genug ja null ja für vollwert muss mindestens 18 sein man wenn vom alter an sich her also wenn es die zeit wenn die zeit so langsam kommt wo du nicht mehr ständig am pc sitzt der kreise oh mann alter ich bin direkt wieder raus ich hab das schon mal geschafft der leichteste parkour der welt der leichteste parkour der welt ne scheiß alter oh ne nein der pinken drecksdinger ständig an die wand an der Stelle ne ich an der endstelle da ich an der endstelle hier das hat man voll durchstringen das hat mich richtig abgefangen mann wenn du von allen seiten geblockt bist kannst du da gar nichts machen oh zweiter zweite reihe beste reihe hinter dem hieß dies gar nicht bei mir zu sehen ich bin vor dir du Horst ach da jetzt ich dich ich werd überrannt und wieder halten sie mich alle fest die blöden Ficker und blocken mich gar kein Problem alter wenn das Spiel euch alleine gehört ihr dummen Wichser du musst an die Wand springen und deine linke Mausten mann das weiß ich kann nicht mal an die Wand springen mann nicht will ich doch die blocken mich alle die dummen Nutten und wieder an die Wand gebummelt ich werd da wieder nicht durchkommen block mich doch nicht oh man alter das fuck zu ab scheiß Kinder scheiß Cola Dose das schon im letzten Abschnitt nein ich wurde die ganze Zeit geblockt Abkürzung die Abkürzung funktioniert sowieso nicht natürlich jetzt die Runde nicht aber ich hab bin ja eben auch durchgekommen ja ich bin durchgekommen oh nein ich bin durch ich hab's geschafft ich hab's geschafft ja ich auch ich schaff's nicht ey du wart genau neben mir ja ich bin aber von dem einen Ding weggefetzt worden wo ist der Mana 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 ich werd geblockt von den Hugen Kindern ich bin Mana nicht ich bin Mana nicht ich bin Mana nicht warum finde ich Mana nicht ja haste haste safe aber das erste mal alle durch die erste ja nice schön gemacht schön gemacht oh da ist ein Rennen auf der Zielstrecke das schaffen nicht alle mann alter wait ja das ist anstrengend wenn die dich wegblocken und festhalten du wirst automatisch ans Ecke zurückkatapultiert du musst einfach noch springen ständig springen weißt du was ich spring dir gleich in deine Kiste ey oder bei Denise ist es noch besser nee nein doch wenn ich wieder ohne Memory dann wird Denise wieder gebatet du kannst mich mal am Arsch lecken ich werd mich muten nur damit ich mich konzentriere was ist das? Team abschweifen du musst andere festhalten und dir den Schweif von denen holen ach Gott ey du musst die einmal anfassen und dann musst du abhauen wenn du so ein Ding am Arsch hast renn weg ja wir sind ein Team wir fokussen immer das Team mit den wenigstens meiner macht den Tisch heute noch kaputt also ich hab nen Schweif oh Gott wir verlieren alle unseren Schweif du musst die einfach auf dem Rollfeld laufen immer auf dem Rollfeld laufen kriegt dich keiner ich hab grad einen verloren ich brauch ich hab grad einen verloren ich brauch ich hab wieder nie Oma bitte hol dir nen Schwanz die nicht an Möchte dass jeder nen Schwanz von uns hat Denise hast du nen Schwanz? ja einfach so tun als würde man andersrum drehen und dann zack immer noch mal schwanz ich hab einen verloren ich bin schwanzlos ich hab keinen verpiss dich von mir meine fresse hat wieder ein schwanz in game denisier hat den schwanz verloren denisier hat den schwanz verloren kommt wieder hehehe verarscht hehehe verarscht HALT MICH DOR NICH FEST DU GELBES WIXKIND Leute wir brauchen Schwänze er hat mich verarscht ich bin die ganze zeit wie so ein kleiner hunden menschen hinterher gerannt ey zwei leute halten mich fest einer klauten mir wie assi ist das denn einfach durchgehend übers rollfeld gelaufen überm kreis ja gut gemacht mich haben sie wie gesagt mit den beiden idioten gewonnen das blaue pommes ob die schmecken was sind nicht für mich so spiele ey blaubeer pommes verbindungsfehler 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 wow das spiel ist so broken yay hat sich richtig gelohnt ich geschwitzt ey dann fallen wir mal an dem an ja das ist einfach so und das ist voll assi ich muss schon wieder pinkeln ich bring grad mein viertes bier ich geh auch jetzt schnell pinkeln das schaffe ich noch wenn wir erklimmen schwindeln und irgendwie so ich bin ganz hinten ganz hinten mitte hinten oh die nie steht die nie steht das was ja sie schafft es ja auch immer genau wie ein konterswerk wenn sie auf k bin ich es raus nein bin ich nicht raus oh das war das schnellste bin erstmal im leben ich bin als absolut erster hier raus gekommen Ey Florian schubst halten halten Fickt euch schubst mich nicht Alder ich zeig euch an wie eine Körperverletzung Mann verpiss nicht du scheiß Cola Flasche Mann such dir ein anderes Drecks Hobby du Wichser Ich bin runter gefallen Wieso fällst du um alter was bist du für ne behinderte Kopfbirne alter Und durch Ich nicht Kommt hin Wo seid ihr denn Er ist nicht gesprungen Mann Er ist nicht gesprungen Weil's ne dreckige Missgeburt ist Heftig alter Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen Mann Bergmann Da oben Sind wir Ja wir Weil er nicht gesprungen ist Ich glaub weil du afkar warst beim start Ja das auch Aber auch weil er nicht gesprungen ist Mann der spricht bei mir voll oft nicht Kann doch nicht sein dass ich wie so ein behinderter auf diese scheiß Tastatur rumkloppen muss Gehindert ist aber ein ganz besonderes Halt Maul Absoluter Drecksgame Ich hoffe ich bin Erster einfach Der Erste muss man auswählen Der Rest ist halt Trash Ich bin nicht hinten stark Ja er ist da Aber Seite eher hinten vorne So weg das Game Das sind einfach noch so viele Spieler Mann ich find euch nicht Mana Die blocken einen aber auch hart weg die ganze Zeit Das ist ganz ganz eklig Ihr dürft da nicht unbedingt auf die äh Dings jumpen Ihr müsst euch eher fallen lassen Nein Weil dann fallt ihr zu tief Komm wir kommen nicht raus Solang die Witter so steht Ja Guck mal wo ich steh halt Das hat halt keinen Sinn für Ich muss halt ficken Alter Ja Ja Ich musste Ich musste irgendwas machen Musstest du nicht Du hättest noch warten können Geh nicht drauf Ich such Schickies Weißt du und das sagt sie mir alter Diejenige die immer rausfliegt Laber denn Oh Gott Oh Gott Oh Gott Lauf 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 Verbindungsfehler Verbindung zum Server Nicht möglich Bitte überprüft deine Internetverbindung Ich bin komplett rausgeflogen Ich kann euch nicht mal mehr zugucken Ja Mann Was ist denn das Ja Das sind die scheiß Server Weil das Spiel komplett überlastet ist Mann Ich bin drin Wann ich war ganz vorne Wie Qualifiziert So reu dich Alter Ja Das ist richtig behindert man Da müssen die unbedingt dran rum fixen Ich glaube die haben nicht damit gerechnet Dass so viele Leute das auch spielen Ja Mann Das ist ein neues lustiges Game Was erwarten die denn bitte Dass es keiner kauft Bei allen Spielern Ja Verbindungsfehler Nice Ich geh eben auf Toilette Ich häng eh noch auf dem Ladebildschirm Kann eh noch Ich auch Einfach warten Das ist das einzige was das Das die Freude am Spiel so ein bisschen nimmt ne Dass du ständig rausfliegst Achso In den ersten zwei Runden ist das ja gut Denn zum Finale ist das halt ärgerlich Ja wir müssen da trotzdem was dran machen halt Aber das geht gar nicht Ist ein halb nicht draußen Schöner Es geht trotzdem gar nicht So Ich zieh mich um Maus kleiner Maus Ich Ich Bin jetzt die Ananas Wie soll man sich so unterscheiden ha? Ich zieh die Hose aus Ich zieh die Hose auch aus Anfrage fehlgeschlagen Läuft alter Läuuft Hm 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 Was aber am besten Ich hab Ich hab Escape gedrückt Ich will zurück Krass alter Ich hab meine Was mich Ich hab mich Schöner Ich hab mich auf Ich hab mich und go 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 denis I'm so sorry nicht mitgekriegt dass meiner wieder da ist er hat nämlich noch nicht getalkt nochmal bereit rücken wir müssen doch eh ins pet gleich 21 uhr irgendwann halb 10 verbindungsfehler hinugebär hinugebär hinugebär